Der zweite Tag der Klimakonferenz startete gleich mit einem Knall. Die iranische Delegation hat plötzlich die Verhandlungen in Dubai verlassen. Zudem ist Olaf Scholz auf der COP angekommen und zog direkt viel Aufmerksamkeit auf sich. Und damit ein herzliches Willkommen zum Focus on an Earth Update der Weltklimakonferenz. Ja, der zweite Tag neigt sich dem Ende zu. Und trotz des warmen Wetters hier in Dubai wehte ein kalter Wind durch die Hallen der Weltklimakonferenz. Die iranische Delegation vor Ort hat am Mittag die Verhandlungen auf einmal verlassen. Grund seien die anwesenden israelischen Vertreter auf der COP. Irans Energieminister Ali Akbar Merabian sagte, dass die Teilnahme Israels sich nicht mit den Zielen der Konferenz vereinbaren lasse. Jennifer Morgan, Staatssekretärin im Außenministerium von Annalena Baerbock, sprach mit Focus on an Earth über den Eklat der iranischen Delegation. Ihr sei es bewusst gewesen, dass die aktuelle Weltlage auch die Stimmungslage auf der COP mitfärben würde. Was jedoch laut Jennifer Morgan auch klar sei, ich zitiere, den zerstörerischen Auswirkungen der Klimakrise kann sich niemand auf unserem Planeten, kein Land der Erde entziehen. Diese ist eine gemeinsame Bedrohung. Die COP sollte sich auf die Klimakrise konzentrieren. Iran hilft niemanden mit dieser Entscheidung. Das nenne ich mal eine klare Ansage. An den Frieden und an den Kampf gegen die Klimakrise, die nur gemeinsam zu bewältigen ist. Und zu diesem Gemeinschaftsgedanken rief heute auch Bundeskanzler Olaf Scholz auf. Der von ihm initiierte Klimaclub wurde heute für arbeitsfähig erklärt und soll nun eine Vorreiterrolle beim Klimaschutz einnehmen. Zu den 36 teilnehmenden Staaten gehören die Länder der EU, die G7-Staaten, aber auch Entwicklungsländer wie Kenia oder der Inselstaat Vanuatu. Uns eint die Überzeugung, dass der Klimawandel die größte Herausforderung des 21. Jahrhunderts ist, sagte Scholz in seiner Rede auf der Veranstaltung. Der Kanzler muss heute übrigens ziemlich lange durchhalten. Morgens gegen 8 Uhr in Berlin in den Flieger gestiegen, stand er eben noch vor der Presse. Was da beim Durchhalten wohl hätte helfen können, ist ein Kaffee. Das Problem ist nur, dass sich das auf dem Konferenzgelände gerade als ziemlich schwierig herausstellt. Denn neben etlichen Stromausfällen und technischen Problemen gibt es hier auf der Konferenz einen massiven Mangel an Caterern. Doch nicht etwa, weil sich zu wenige gemeldet hätten. Vielmehr sind die vielen angemeldeten Helferinnen und Helfer aufgrund zu strenger UN-Auflagen nicht reingelassen worden. Ziemlich kurios. Wir bleiben an der Geschichte auf jeden Fall für Sie dran. Jetzt aber wünschen wir Ihnen erstmal einen schönen und angenehmen Abend.